Hallöchen! Herzlich willkommen zurück bei meinem Selbstversuch in Hardcore. Schaut mal, wir haben schon Tag 18. Hm, hinterm Spiel schwimmt noch ein bisschen Holz rum. Weil ich war nämlich im letzten Teil gerade dabei, hier Holz zu fällen. Ich habe allein organisiert, ihr wisst ja, wie man es macht. Ähm, da kam so einer, äh, vorbei, der hier meine Dorfbewohner und mich befestigt. Ja, also ich bin jetzt auf dem Wien, da mir jetzt das mal ein paar Ressourcen. Dann, äh, zu schauen, wog ich dann hier. Aber mir war so, als ob ich hier eine Ecke runtergekommen bin. So, äh, ja, ein bisschen Laber. Und, äh, ein Zaubertil würde ich gerne machen. Bestimmt gerne. Ja, eine Bibliothekart zu machen. Wird mich ein bisschen... Ich habe ja gesagt, so nach für nach machen wir es so. Bauen wir mal wieder so... Ja, das ist ganz so einfach. Weil ich mich damit eigentlich nie auseinandergesetzt habe. Weil, ihr wisst ja, ich habe ja meistens immer mit anderen zusammengespielt. Und zum Beispiel bei mir war das prinzipiell so, dass es mal jemand war eigentlich, der sich mit... ...besser auskriegt. Und, äh... Ja. Wir spielen ja noch in der 21... Ja, also von daher, äh... ...hab ich hier noch nicht so das neue Trading... ...verfahren... ...halter eh nicht so... ...also wenn man, wenn man jetzt noch... ...einfacher... ...der alten bewährten... ...fand, wenn man da einfach ganz viele... ...verfindet und... ...gucken kann. So, okay. Wir haben zwei... ...Folk, ähm... ...ich hätte da noch einen Weizensamen... ...vieh fällt. Hallo. Der Farmer. Keinen Platz holen. Okay, dann, äh... ...nehmen wir mal die Setzlinge. Also ganz so viele Setzlinge. Ich muss einfach... ...ja, wir haben ja unseren Stückchen... ...heini, den wir ja auch... ...wann treiben, wo... ...hat euch nicht... ...deche hier bewusst, weil das hier eh alles ist. Und... ...und daher... ...ich das alles... ...bisschen in meinem Einzugsbereich hier habe... ...dann ich ganz so weit durch die Botanik rennen muss... ...dann ich bin beflogen. Weil die wachsen ja nach und nach wie so ein Baum... ...Santage sozusagen. Okay, wir können ja schon mal einen hier hinstellen. Dann könnten wir ja so... ...ein Biss... ...sicht mal... ...bohren Bereich von... ...sicht mal da... ...sicht mal da... Ja, dann machen... ...können... ...zwach mal hier... ...una... ...zio... ...wann kommt es hier繼續 losдеcken. wird ja langsam gemütlich so und dann gehen wir erst mal schlafen ist ja immer mein bett liegen in sie raus aus doch wie die meiste arbeiten okay dann haben wir jetzt jetzt haben wir noch zwei und jetzt brauchen wir ganz dringend zwei bücher eigentlich nur ein buch doch nicht in der nase wird unverschämt so okay also warum rennen sie jetzt da oben rüber sie haben doch unten einen durchgang also mal ganz ehrlich war dasselbe so gucken mal durch ich würde da gerne mal an ja sie haben auch kein bett so okay wir haben neun zu ja was gewachsen dann können wir vielleicht und jetzt weiß muss ich mal überliegt was dir ein ich das hier raus so und hier so ein ja es passt nicht ganz es ist es ist das haufer grün weil es hier und hier mal drei hier man könnte natürlich einfach raus ja ja ich muss leider ihr hoes umbauen das wäre jetzt das wäre jetzt ein zwei drei immer hier mal vier und aber fünf und 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 das und 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 du damit das das wäre jetzt die bauen jetzt einfach war das heißt eben davon vor allem machen jetzt in dem raum weg was was wir bei der zauber so das heißt das das müssen sie jetzt hier unbedingt lang laufen kann man hier nämlich ein fenster rein wo die haben das so macht das okay die fenster also in dem stil möchte ich bleiben noch irgendwas hier aber auch erstmal steine steht hier alle stein ein Jetzt haben wir noch ihn hoch und dann müsste... warte mal... Sandsteinsand. Nein. Gut. Da brauchen wir mal drei Stück. Glaub ich, damit wir ein Fenster machen. Glaub ich, sich... Laufen gehen muss aber gleich auch noch. Gleich. Ähm... Da war das hier. Ja. Praktisch. Ja. So, erstmal. Ich hab die Rezepte mal... Gess ich. Da, so. Noch mal 16 schreiben. Ähm... Andere Glas... Ach... Noch eine... Kampel hier. Wir haben ein Bett. Reisebett wieder. Wir haben noch eine Truhe. Der Name Marion. Und... Und... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Liegen schon wieder mal... Gehen sie doch mal aus meinem Bett. Immer dasselbe. Jeder lacht dasselbe. So, okay. Gut. Also... Anöffnung später. Oh, wir haben ja zum Glück eh ja alles... Langsam etwas krumm. Okay. Okay. Mal den... Reise. Warum... Maus wieder den... Manchmal... So. Okay. Nein. Hier muss... Ab. So. Das heißt... Da hätten wir ein Fenster... Den könnten wir... Dann... Das heißt... Das stimmt. Dasselbegriffe. 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 Es ist so einer... Die, die die, die die... nicht von der Karte geben, nicht zu experienceen. Das stimmt. Das stimmt. weil das. Wenn die, die Behörde... Das stimmt. immer im Kopf behalten, dass wir hier Hardcore-Böden bauern und im Survival oder Kreativ sind. Ich könnte verheeren, ne? Warum das nämlich anders? Weil... Da cool. Dann haben wir. Okay. Okay, dann haben wir das Dach hier. Da kommt... Ach, Dach. Dann machen wir hier. Wie gesagt, wir wollen immer nichts verändern. Und man kann die Häuser nehmen. Ja, gut. Noch ein Haus. Okay. Dann, äh... Dann, äh... Hoppille? Äh... Quatsch? Und... Dann, äh... Können das? Frage meint jetzt. Dann haben wir das hier. Tja. Hören Sie bitte weggehen. Hopp. So. So, okay. Dann haben wir hier die... Wir müssen noch einen... weitergehen. Geht? So. Boah. Dann brauchen wir... Boah. Hier noch ein Fenster. Dann sind die Dinger hier... Also... Okay. Dann brauchen wir jetzt... Sag, Bank und... Wirst doch nicht alle gleichzeitig wachsen. Ja, ja. Sie stehen mir gerade hier irgendwie... ...vom... ...wand... ...einbauen kann. Hölz habe ich... ...nach... ...habe ich hier... ...habe ich hier... ...habe ich hier... ...hack. So, ich will jetzt auch nicht die ganzen Bäume hier... ...letzlich... ...hack. Lassen Sie... ...hack. Okay, weil... ... jetzt hier... ...nach oben... ...hack. 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 Okay, gut. Und dann machen wir jetzt mal... ...das... ...und das. ...hack. ...hack. Okay, dann mach ich... ...hack. es ist so die primitivart unsere werkbank so dann brauchen wir hier eigentlich einfach gesagt das hier fertig wir müssen das alles so schön sind die noch nicht aber jetzt geht es ja jetzt erstmal größer kriegen damit wir erstmal wissen wo wir unseren zaubert war und jetzt musste der zaubertisch also die fenster werden dann zwar es ist ja erst mal nur würden sie jetzt bitte hier mal rausgehen das heißt hier kommt der zaubertisch hin und damit wir hier bibliothek h gleich reinkriegen die gleichen und da bräuchte aber dafür sagt das bücher als ich möchte hier so mein zauber erst mal gesagt die häuser werden spielt das müssen ja noch obsidian finden jetzt gehen wir aus noch mal glas ich okay dann haben wir hier eine bergbank wollen jetzt raus aus meinem bett okay dann haben wir zumindest das jetzt mal mal ob wir jetzt eine von diesen hätten bildet überreden können ihr mich arbeiten warte mal wieder haben daran habe ich brauche jetzt dann hoch 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 und ja brauche dann kann ich ein bücherregal herstellen wenn ich ein bücherregal habe kann ich ein pult herstellen sehr schön okay unser pult haben wir das stellen wir jetzt auf wir haben auch noch ein bett wie gesagt und halt dass man achtet dass man ein an also es fällt gar nicht auf dass das gut das heißt ich mache die haben hier ich seinen pult ah jetzt schauen wir erstmal hier können können wenn sie sich denn mal blicken lassen würden und nicht alle abholen würden die oder die alles was ist es gibt nur was Na gut. Erstmal Bäume fällen. Habt ihr die? Dachtest. Also sammeln wir jetzt. Besitz legen. Noch. Wir hätten das Zauberhaus natürlich auch anders machen können. Wir hätten es auch mit raus. So passt. Ach, ich bin... Fein. Dann muss ich... Eck zu. Eck. Es wird schon irgendwann... Also momentan lasse ich es noch alle. Es sei denn, ich habe einen, den ich auch behalten. Das ist die Frage. So. Ich bin... Hi. Wie gesagt, wir haben jetzt unsere Hütte gebaut. Wir haben dafür gesorgt, dass wir für eine Wille das vorgeleitet haben. Schön wäre es natürlich, dass wir jetzt ein Kriegen. Ähm, ja und egal. Ähm, die Kriegen. Dann? Das war auch wieder. Ja. 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 Okay, dann stimmen wir uns ja einfach mal. Ja. 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 Okay. Okay. ich habe keine ahnung bei nie bei dem farmer brauchen ich habe doch ja auch neue leute ein bett ist hier drin deswegen versuche ich keine betten hier ja ja ich habe jeden christlichen beruf vor allem warum habe ich hier zwei von euch ja verstehe ich nicht und sie passen auf dass sie jetzt hier mal vernünftig vermehren wird nein vermehren sie ja auch ein bisschen beruf tätig und ob sie sich vermehren dass sie wir im nächsten tschüss eure bobo